Hallihallo Hallöle und zurück zu 7 days to die mit dem Hector Servus da steht der Name und mit mir aber der Bernie diesmal ist nicht dabei nein der hat seine Lachfindung noch nicht ganz verkraftet jetzt gehen wir noch und der Robert hat sich wieder einen Hax verstaucht zweit gesprungen bin ich Schmerzmittel oder Pistole Schmerzmittel Lederkapuze oder Pistole was hast denn für Aufgaben du hast da noch eine oder darfst du normal keine Ahnimmer achso ich hab keinen Peaker hey Löffle zwei Fertigkeitspunkte er hat leider keinen Messbecher ja auch durfte mein Store ja selber auch durfte mein Store alter Kratler hab ich die jetzt aktiviert aktivieren die Teile noch schnell was ich abgenommen hab da machen wir die Teile oder das abholen säubern ist das oder? ja genau so Mission, Mission, Mission wir haben uns schon überlegt ob wir euch wieder mit Baufolgen quälen aber jetzt machen wir eine Mission aber wie es so schön, wie so schön jemand geschrieben hat gehört auch dazu ja gehört dazu bist du da? ich bin da ja dann los na also ich mein schon das war die Bau im Keller was haben wir Sneaky okay ach siehste du Pfeil nicht durchgekommen durchs 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 Laufbundle Puppenpils ich hab mir ein guter Anfang ein paar Material mitnehmen die Laufbundle die Laufbundle geben es Stahl glaub ich ne die geben bloß die Handel gibt es Stahl oh großer Medizinschrank wenn man jetzt legt kriegt man nochmal Säure also nach dem Ausräumen nicht immer nein nein aber die Wahrscheinlichkeit ist höher bei den Lagen kriegst du gar keine ja genau also wenn sie voll sind wenn sie jetzt so sind wie sie bei dir sind dass was drin steht optisch dann ist die Wahrscheinlichkeit für Säure höher wenn nichts drin ist kriegst du gar keine Säure bis jetzt hab ich hab ich nicht einmal etwas gekriegt von den ganzen Dingen die ich jetzt legt hab hat schon wieder hat schon wieder die Wut gegen die Wand auslassen Achtung Schlange Schlange da ist irgendwo eine Schlange ja nicht nur eine Schlange daneben dann sieht man wie sich die die guten Sachen nachher teaten pssst weh nicht gecheatet hey hey Organisiert? Da ist ein Safe. Da ist ein Safe dran. Ich werde da langsam nachgehen. Ich habe noch überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich ein richtig gemütliches Let's play for the day, gell? Da muss ich nichts mehr aufmachen. Ja, ich hebe da nur das Beste auf. Das Klumpf brauchst du nicht mehr. Deswegen dürfen sie jetzt bei mir sehen, wie ich nach 8 Sekunden einen Safe öffne. Gehört auch dazu. Wie bauen? Nein, die Leute wollen das sehen, sonst würden sie uns auch nicht zuschauen. Deswegen lassen sie einfach so fleißig Likes da, schreiben Kommentare, empfehlen uns weiter, drücken die Glocke, und abonnieren. Ich glaube, jetzt habe ich alles gemacht an Werbung, wo es geht, oder? Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht so Lust. So wie alle anderen auch. Adrenalinsturz, setze Adrenalin gezielt für deine Zwecke ein. Wenn du mindestens 5000 Tykes bei dir hast, kannst du aus Höhen von bis zu 15 Meter fallen, ohne Schaden zu nehmen. Hätte ich vorher gebraucht. So wie der Bernie Minen braucht. Ich habe deinen Sack gefunden. Ah, genau. Selbst die Arbeit nimmt jetzt nimmt er die ganzen Kills, und oft nimmt man das auch da. Ich habe die Küche nicht gelootet, das ist nur für dich. Ich habe nur Kaffeemaschinen aufgemacht. Das stimmt. Jetzt hätte ich gemeint, der verarscht mich. Nein, sowas würde ich nie tun. Ich bin ein netter Mensch. Mensch. So ist dein Sacki. Da, jetzt hast du dein Zombie. Schnapp dann. Geht doch, schau. Komm, so ein guter Bist. Bist nicht. Du Trottl. Seid eh schon kaputten Haxen. Möchte ich auf dich aufpassen. Nein, saue ich dir nicht. Ah, da habe ich mich schon gehört. Aufsteh, aufsteh. Haust zusammen. Die Manu links und rechts. Also der ist schon kaputt. Da ist auch noch eine tote Leiche in der Badewanne. Oh, eine tote Leiche. Na, jetzt habe ich das gar nicht so gewusst, dass die hier liegen bleibt, gell? Ja, ja. Na gut, das waren jetzt nur noch eingeweiden, weil da den jetzt da raus, wenn den um einander hupfen würde. Geht es bei dir weiter? Nein. Muss man wahrscheinlich da raus, oder? Da raus und drüben an Seiten rein. Gar keine Geier. Ah, schnell. Es ist ein Wunder, dass da keine Geier sind. Also, dass du Dietrichen machen kannst, das ist schon geil. Das ist die erste Stufe vom Panzerknacker quasi. So ein Punkt. Und schon kannst du Dietrichen machen. Ja, hallo, Föhrlein. Links einer hies ich ein Tag müde. Oh, was ist das? Eine Jacke wäre eine Stufe 2. Auch nicht schlecht. Oh nein, ich bin voll. Jetzt hast du vor, weil du die Brüttler hier rein musst. Gar nicht. Bauplan verbesserte Fittingsmod. Durch lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Ich lerne es einfach einmal schon bestimmt. Da ist noch ein Beutl. Geh mich nicht mehr hin. Plup, jetzt geh mich hin. Und schon wieder einer. Da läuft es bei dir heute. Wow! Kringst du da unten. Bin ich in den Wald gebrochen? Ah, nein. Auf einmal bin ich gelern geworden. Das ist ein Zeichen. Ich glaube, ich muss doch aufnehmen im neuen Jahr. Das hilft nichts. Was hast du jetzt da? Ah, okay. Ja. Mhm. Aber Stufe 2 ist also nichts Besonderes. Meinst du, es ist auch bloß eine Stufe 2? Passt auch bloß eine Motte rein. Da habe ich so einen bescheuerten Laserpunkt. Der ist voll kacke. Wenn du zu uns scheinen, siehst du nämlich gar nichts. Aber sonst halt bloß Kimmel und Korn. Das ist auch geil. Nein. Du kostst's. Wird das heute noch was? Holt dich wasch. Du lieber Looten. Was hast du mit uns gekriegt? Blöder und Blöder. Oh, der lebt man. No Power. Nein. Technikfreak. Hast du den? Brauchst du den? Technikfreak. Technikfreak? Weiß nicht. Brauchen wir das? Was kann der Technikfreak? Warten Sie? Wo haben wir denn? Panzerbrechende Robotiker Schütztürmer Munition. Ja, dann brauche ich schon. Ich wirf das einmal raus. Okay, okay. Das kann ich schon. Aber das kannst du lernen, wenn du das noch nicht bist. Wie der AK. Aber jetzt ist der 2er. Den Technikfreak kannst du lernen, den kann ich schon. Hab's da vor dir liegt's. Ja, ich muss erst einmal wegwerfen. Bordel haben wir so viel da. Ja, den kann ich auch schon. Kannst du auch schon am Verkaufmann. Abendschuhe lasse ich drin. Was haben wir denn da? Stoffwetzen. Leere Wasserdinge. Na rede mit dem Händler. Hallo Händler. Nein. Nein. Machen wir schon eine andere Mission, oder? Dann laden sie es besser zurück. Ja. Vielleicht hab ich noch im Vorarl ein wenig Platz. Eine Kochtopfmine gibt's auch? Ja, ja. Nein, da. Mag ich da einspringen? Das tut mir bestimmt wieder weh. Dann spring ich auch auf den Tisch drauf. Mhm. Das Fahrrad ist leer. Aber so, wie ist das? Das da? Das da. Wo bist denn du raus? Durch den Keller wieder? Im Keller, wie wir reißen sind. Der jammer, da war ich. Ja, so weich ein. Wie wird das her so's geschehen? Was ist denn jetzt? Ja, so weich ein. Und trotzdem nehme ich mich aber wieder mit dir auf, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich komme mit einer Affengeschwindigkeit. Mein Vorderl ist noch da, cool. Die Zombies haben heute keine Zeit zum Verstecker spielen. Keiner da. Geht die Schubfahrer auch noch dazu? Was ist da dran? Wow, hallo. Der ist noch mal aufgestanden. Jetzt nicht mehr. Da ist noch mal gute Kiste, oder? Ja, mach es auf. Da oben ist auch eine Passing Gas oder was heißt. Schade, keine. Keine Säure. Da ist Passing Gas, wo man aus der schon gesehen hat. Die Säure hätten wir jetzt. Jetzt brauchen wir mal einen Kicker. Ein Ölrezept. Jetzt warte ich für den Bernie. Bernie. Grüße gehen raus, Bernie. Fangen wir erst heim ausleihen, oder? Machen wir noch eine Mission. Was hast du? Du hast auch abholen. Und? Ja, ich will jetzt die andere Art nochmal, oder? Ja, dann fangen wir noch zu. Obwohl der Händler ist nicht weit weg, schau hin. Ich verkaufe ein paar Bänder dann. Kommen wir zum Händler. Vorsicht, Lochen. Gibt auch vielleicht eine Bänder unten. Der macht einen Lärm. Holzbogen oder Vitamine? Oh Mann. So kurz zeig, gell? Zeig mal dein Inventar. Alles nochmal. Verkaufen. Bist du drin. Jetzt kann ich natürlich nicht zum Verkauf rein. Nicht. Sonst mag ich das verkaufen. Äh, Pilzspornrezept hast du schon, oder? Ja. Boah, muss das sein? Ich mag's nur kaputt. Druck auf Klingel. Haha. Meine Bedienung kommt da. Wo haben wir denn? Ach, die habe ich... Scheiße, ich sage jetzt nicht. Okay, kannst du verkaufen. Ich bin gerade auf dem Dach vor dem Softlander. Wieso? Ja, wo es da hingeht, was es da gibt. Stromzufuhr wieder herstellen. Nur nachts. Einmal. Hier kommen wir morgen. Na ja, jetzt. Eine normale. Die ist ganz nah. Ganz nah in der Nähe. Ah, dann teilgleich. So, das kannst du haben. Hammer weg damit. MP, Baseballschläger. Das da, das da. Das da. Das da. Das mag er nicht. Er ist auch schon so ausgeschämmt. Einen Schockstab verkauf ich. AK-47 braucht da nicht keiner oder so, gell? Aber die könnten wir zlegen. Eine Birne vielleicht. Oder zlegen. Ich weiß nicht, eine Birne oder ein Blau, glaube ich. Der hat einen Schrubflinden, gell? Jetzt leg ich es einmal hin. Jagdgewehr, das verkauf ich. Einen Orser Holzbogen verkauf ich noch. Silberklumpen verkauf ich auch gleich. Ja. Ich glaube, da haben wir mal ein 6er Jagdgewehr. Also, dann soll es nicht scheitern. Abwurf! Da hinten ist er. Hat er abgeschmissen? Nein, das ist der Schornstein, der so raucht. Der Schornstein, ja. Hat er abgeschmissen in die Richtung. Ah, da hinten. Dann können wir auch noch holen, dann. Verkauf noch schnell, dann. Hallo, darf ich dein Inventar sehen? Nein. Na, logisch darfst du das. Mei, danke. Ein Schockstab für Kind weg. Kein Verkaufspreis, ein Holzknüppel. Okay. Ja, den mag er nicht. Ich selber baue, die zeige ich nicht mehr nicht. Außer die Waffen. Die schon. Ja. Also, ich werde bereit. Ja, gleich. Ich muss gleich die Fernpost beantworten. Ja. Wo ist mein Radl? Oh. Ja. Fangen wir zum Abwurf. Wie weit ist denn da weg? Ja. Und schon ein schönes Stück, gell. Weil ich weiß, dass du es noch teilen mit mir. Teilst aber nicht gern, gell? Nein. Weil ich habe nie etwas abgekriegt davon. Oh. Machen wir den gleich. 40 Meter. Oh, oh. Na, wieder unten im Loch. Nein, nicht schon wieder das Loch. Also, da weiß ich auch nicht. Irgendwie die Abwechslungsreichität. Oder wie nennt man das dann? Abwechslung ist ja nicht zugegeben. Ne. Oh, jetzt habe ich den Fuß eingeschossen. Ups. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Tut doch wehtun. Tut doch wehtun. Du willst mir da einfach einen Haxen rein. Gibt's ja nicht. Mh. Mh. Einfach des Gefechts. Kann's einmal passieren. Also, ich habe meine Backe schon. Ich nicht. Da kommt dann irgendwann einmal die Witz, glaube ich, gell. Ja. Das ist das Gute. Ich habe mir wenigstens noch was zum Essen da. Also, Viecher gibt es viel, viel mehr, gell, als der 19er. Das ist schon, ja. Ich zeige, ich muss den nicht mehr da. Ja. 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 Da kümmern sich die Dobermänner drum. Die Welpen. Oder? Die hübschen. Schöner. Knuffigen. Ich sage, was du da schossen hast, liegt einer. Bitte? Ja. Ich hab gesagt, der Boos-Proveno und die Do-Diam-Nen-Hunger. Oh, da hat sich ein Kopo-Werzen ist. Oh, da hat sich ein Kopo-Werzen ist. Ich glaube, du kriegst gleich Besuch von einem Hund. Nein, da ist ja die dazwischen. Hat er angeschossen, dann ist er abgekaut. Ich werde ein wenig auftauchen. Er sollte noch kommen. Es ist nicht mehr so, dass wir nicht bewaffnet werden. Mittlerweile sind wir ja schon bewaffnet und gefährlich. Ein Dreier Schlageisen. Ein Schlagring, nicht Schlageisen. Baumwolle machen, die wir nicht pflanzen. Du warst wieder auf dem Golfplatz. Achter Eisen. Nur. Ich habe wieder eine fette Lohnerhöhung gekriegt. Leder und Leder. Heißt du, ich kann da nachlaufen und die Viecher zu legen, oder was? Oh, Eisenstiefel. Oh, und eine Schatzkarte. Oh, ich habe auch noch eine Schatzkarte. Sie sind jetzt besser als das oder das? Hat er jetzt eigentlich schon ein Zombie? In dem Haus gibt es keinen Zombie, oder? Doch, da habe ich gerade einen zerlegt. Aber ich habe bis jetzt nur ein Viecher zerlegt hinter dir. Ich bin ja bloß noch gut zum Neugehen. Für was anderes bin ich nicht mehr gut. Jetzt warte ich, bis es mich übergeht. Ich lasse die Uli aufschlagen da. Ich schaue mal aufs Dach, ob es einen Geil gibt. Dann sage ich ihm, du kommst gleich. Okay. Und zweimal Öl. Ich bin oben. So, ein Bauplan für ein Jagdgewehr. Ein Bauplan? Kannst du das da noch mitnehmen? Das da? Warte, da schmeißt du mal den Bauplan raus? Nein, ich kann nichts nehmen. Der Pfeil steckt noch mal drin. Ja, der wird ja nicht so schnell ausseitern. Jetzt habe ich mir noch schnell meinen Satz. Drei, zwei Pässe und Gäste hast du die aufgemacht. Wo, wo, wo? Die habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Da, da ist noch eine. Eine hast du aufgemacht. Da, wo die Leute rauf geht. Wenn du rauf gehst, darfst du auf der anderen Seite. Ah, da. Aber ich müsste mir eh mal über das Dach raussehen. Na, ich muss das Ding noch hin. Ein Bauplan Zement wischen. Ich kann aber gar nichts mehr nehmen. Kannst du die zwei noch nehmen. Weil, äh. Einen zu mensch mich schon kannst du das schon, gell? Ne, den habe ich gelernt. Habe ich schon nie gelernt. Der andere nehme ich mit. Der andere hat mich schon gelernt, den anderen nehme ich mit. Weil den kann ich schon am Vorschlag kommen. Was brauchst du denn Leute? Na, meine Taschen. Ah, nein. Dein Taschen. Das Herrn hat Taschen wieder vergessen. Äh, was haben wir denn? Stofffetzen kommen weg. Also Stofffetzen, Federn. Da haben wir so Federn haben, da brauchst du nichts mitnehmen. Lebenlos, ich auch da. Da brauchten wir ein ganz großes Lager, wenn wir für jedes Item eine Küste haben. Oh, das kommt vielleicht eh noch. Wo haben wir geparkt? Ah, da. Ist doch eine Mine unten. Hätte er jetzt gleich auf eine Mine hoch. Ich hätte einem Bär das Bierchen nicht schenken sollen. Zwei Fäller. Ja. Was meinst du? Ja, jetzt ist der Minendetektor kaputt. Ja, vielleicht macht es noch Klick. Ach so. Hm. Erhoffen wir es mal. Sonst laufen wir ihm hinterher. Weißt du schon, wenn er voraus geht? Bei uns explodiert es im Bär nicht. Wo ist mein Fahrrad? Wo ist da dein Handel? Oh, Minen. Ja. So, du musst aufpassen. Das wäre dir noch interessant, wenn sie es so gemacht hätten, wenn man überfüllt ist, dass es dann auslöst. Wenn man dann schwer ist, weißt du dann voll. Ja, verschrei es nicht. Jetzt fahre ich noch einmal in die Heimat. Ja, ja. Ich würde mal ein wenig ausräumen. Aber da müssen sie uns ja nicht zu viel schauen, oder? Genau. Das war der Plan. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Servus. Servus. Los zur Abo-Tur. Los zur Abo-Tur. Das war der Plan. Los zur Abo-Tur. Das war der Plan. Das war der Plan. Das war der Plan. Das war der Plan.